Udhava Nachdem Bhagavan Krishna in seiner göttlichen Lieblichkeit die Bewohner des Hirtenlands schon längst in sein ewiges Reich geloker zurückgeführt hatte und das Land Vraj, wie das Skandapuranam berichtet, ganz leer war, ging die Königslila Krishnas auf Erden noch lange weiter. Dieser Krishna war nach irdischen Maßen gemessen 125 Jahre alt, als die Bürde der Erde endlich völlig weggenommen worden war und er mit den Seinen in sein ewiges Reich zurückkehrte. Doch hat Krishna nie ein biologisches Alter. So offenbart er z.B. in einem Alter, das nach den Begriffen der Welt Kindheit wäre, die Kennzeichen des Knabenalters und im Knabenalter offenbart er bereits die Kennzeichen des Jünglings, Kishora. Und obwohl er 125 Jahre in der Welt offenbar bleibt, bewahrt er in der Tvaraglila ständig die Kennzeichen eines jungen Mannes. Aber bestimmten Königinnen erscheint er wie ein Jüngling und wird von ihnen deshalb gelegentlich mit seinem Sohn Bradyumana und seinem Enkel Aniruddha verwechselt. Udhava war fast der einzige von Bhagavans Gefährten in Tvaraka, vor dem Krishna sein innerstes Wesen nicht verbarg und mit dem er über die Gopis sprach. Fußnote 222 Gemäß dem Adipurana sprach Krishna auch mit Arjuna über die Gopis. Nach anderen puranischen Berichten kamen Arjuna und seine Brüder während der vielen Jahre ihres Exils im Wald auch nach Vraj. An mancherlei Orten, wohin niemand sonst ihm zu folgen erlaubt war, durfte ihn Udhava begleiten. Krishna selbst nannte ihn seinen Freund, Kameraden und Diener. Bhagavatam 10.11.49 Das Bhagavatam erzählt, dass Udhava schon als fünfjähriger Knabe eine Bildgestalt seines geliebten Krishna verehrte. Ehe Krishna in dieser Lila nun endgültig von der Erde fortging, konnte Udhava die Trennung nicht ertragen. Er ging Krishna nach, auf dessen letzten Gang und ehe sein göttlicher Freund und Meister die Welt von Zeit und Raum verließ, bat er ihn um das Wissen, das Krishna einst vor der Schöpfung dieses Universums dem Weltenbildner Brahma gegeben hatte und welches das Bhagavatam genannt wird. Bhagavatam 3.4.18 Nicht weniger als 23 Kapitel umfasst diese letzte Unterweisung Krishnas. Bhagavatam 11.7-29 Udhava ist einer der ewigen Mitspieler Gottes, sein ganzes Wesen ist Erkenntnis. Doch er fragt und fragt zum Heil der Welt, als ob er ein Unwissender wäre. Und nachdem ihm Krishna nochmals die Pflichten aller Wesen, die Pflichten aller Kasten und Lebensstufen, die Einzelheiten aller Yoga-Wege und die Ziele, zu denen sie hinleiten, erklärt hat, ist Udhava verwirrt, ihm schwirrt der Kopf im Grame der kommenden Trennung und er fragt den Freund, der sein göttlicher Guru ist, nochmals über den Sinn des Veda und woher die vielen scheinbaren Widersprüche in dem heiligen Wissen des Veda kämen. Udhava sagt, diejenigen, welche die Veda auslegen, sprechen von vielerlei Dingen, die das Wertvollste sind. Ist nun jeder dieser Wege an sich der Wertvollste oder ist einer der Wege der hauptsächlichste, zu dem die anderen Wege hinführen? Du hast den Yoga, der Bhakti, zu dir mit Beispielen erklärt und gesagt, dass dieser Weg von nichts außer ihm selbst abhängt und dass durch ihn alles, was außer dir selbst liegt, ausgeschaltet wird und der Geist ganz in dir absorbiert wird. Bhagavatam 11.14.1-2 Bhagavan Krishna erklärt ihm nun, dass der ursprüngliche ewige Veda die Bhakti sei. Im Verlauf der Zeit in der Weltauflösung ist dieses Wort, das wieder genannt wird, verloren gegangen. Fußnote 223 Wörtlich Vani Stimme Melodie Wort Auch Saraswati Die Kraft des Aussprechens der Wesenheit Bhagavans, auch Vaj genannt, vergleiche die Hymne der Vaje Rik 10.125 Im Verlauf der Zeit in der Weltauflösung ist dieses Wort, das wieder genannt wird, verloren gegangen. Am Beginn der neuen Weltschöpfung wurde es von mir, dem Brahma, klar verkündet und die Religion darin zielt auf mich ab. Bhagavatam 11.14.3 Vom Brahma wurde es seinem erstgeborenen Sohn, dem Manu, verkündet und von Manu empfingen es die sieben Seher der Urzeit und von diesen Vätern die Söhne, die Devas und Dämonen und Menschen. Aber sie alle stammen aus Raja, Sattva und Tama. Ihre Neigungen sind vielerlei Art. Je nach dem Vorwiegen des entsprechenden Guna sind die Wesen in ihrem Charakter verschieden und demgemäß sind ihre verschiedenen Meinungen über den Sinn des Weder und verschieden ist das, was sie sagen. 11.14.4-7 Und so kommt es, dass die Menschen durch verschiedene Anlagen aufgrund derselben Überlieferung doch verschiedene Meinungen haben. Einige sogar sind Gottesleugner. 11.14.8 Also sprechen die Menschen, deren Geist durch die Kraft meiner Maya verwirrt ist, je nachdem, was sie aufgrund ihrer Neigung als fruchtbringendes Wirken ansehen, von verschiedenen Dingen als dem köstlichsten, dem besten Weg und dem besten Ziel. 11.14.9 Erfüllung der Menschen obliegenden Pflichten, entsprechend der Kaste und Lebensstufe, Fußnote 224, die Karma, Mimamsas, Ruhm, Fußnote 225, die Schulen der Dichter und Rhetoriker, Erfüllung der Sinnenlust, Fußnote 226, die Schule des Vatsyayana, Wahrhaftigkeit, Zügelung der Sinne und des Geistes und innere Stille sagen die einen, Fußnote 227, die Yogaschule des Patanjali, andere göttliche Herrschergewalt und Entsagung als Weg dazu, wieder andere rituelle Opfer, Kasteiung und das Spenden von Gaben, das Üben von Fasten, Zügelung der Sinne, des Geistes und des Atemflusses, Fußnote 228, Yama, Niyama, und sie pflegen diese Dinge um ihrer Selbstbefriedigung willen, um ihres Eigenichs willen. Einen Beginn und ein Ende haben diese Welten, die ihrer harren. Aufgrund eigensüchtigen Wirkens werden sie erlangt. Voller Leid sind sie, erbärmlich, schlecht, mit armseligen Freuden, uns dem Kram ausgeliefert, denn sie gründen in Finsternis. Fußnote 229 Erfüllung der den Menschen obliegenden Pflichten, entsprechend der Kaste und Lebensstufe, Ruhm, Erfüllung der Sinnenlust, Wahrhaftigkeit, Zügelung der Sinne und des Geistes und innere Stille, sagen die einen, andere göttliche Herrschergewalt und Entsagung als Weg dazu, wieder andere rituelle Opfer, Kasteiung und das Spenden von Gaben, das Üben von Fasten, Zügelung der Sinne, des Geistes und des Atemflusses. Und sie pflegen diese Dinge um ihrer Selbstbefriedigung willen, um ihres eigenen Ichs willen. Einen Beginn und ein Ende haben diese Welten, die ihrer harren. Aufgrund eigensüchtigen Wirkens werden sie erlangt. Voller Leid sind sie, erbärmlich, schlecht, mit armseligen Freuden und dem Kram ausgeliefert, denn sie gründen in Finsternis. 11.14.10-11 Wer aber, o Ela, sich selbst mir ausgeliefert hat und sich ganz und gar um nichts anderes kümmert, dem wird Freude zuteil durch mich, sein Ein und Alles. Wie könnte denen diese Freude zuteil werden, deren Sinn sich anderen Dingen zuwendet? 11.14.12 Nichts außer mir hat er und begehrt er. Beherrscht sind seine Sinne, denn uninteressant sind ihre Objekte geworden. Voll beruhigt ist er, denn sein Sinn wurzelt unerschütterlich in mir. Gleichwertig ist ihm jeder Ort, wo er ist, denn durch mich ist sein Herz befriedigt, und deshalb sind ihm alle Orte in gleicher Weise freudvoll. 11.14.13 Nicht wünscht er die Herrlichkeit des Weltschöpfers Brahma oder den Thron des großen Himmelsherrn Indra oder Herrschaft über die ganze Erde oder Macht über die Unterwelt, noch Befreiung von der Wiedergeburt. Er, der sich selbst mir ausgeliefert hat, begehrt nichts, außer mich selbst. 11.14.14 Doch selbst alle, die Gott als Herrn aller Majestät ewiglich dienen, sind Krishna nicht so lieb wie diejenigen, die an dem innersten Wesen der Fülle der Lieblichkeit Anteil haben, und Udhava, den Krishna zu den Gopis sandte, hat Teil daran. Fußnote 230 So wie der eine Krishna in verschiedener Gestalt in vielen seiner ewigen Reiche gleichzeitig spielt und sich diese Gottesgestalten bei Beginn der Lila auf Erden vereinigen und am Ende dieser Lila wieder auseinandertreten und in ihre eigenen Reiche zurückkehren, so ist es auch in der Lila von großen ewigen Gottgeweihten in der Welt, die Krishnas Gefährten sind. In der Lila Udhavas auf der Erde sind zwei Gestalten vereinigt, eine die Goloka, dem Reiche der Lieblichkeit, und eine, die dem Reiche Tvaraka zugehört. Am Ende ihrer Erden Lila trennen sich diese Gestalten und kehren in ihre eigene ewige Heimat zurück. Weder Brahma, der ordnende Bildner des Weltalls, noch Shiva, noch Shiva, noch Shankarshan, Fußnote 231 Shankarshan, Name von Krishnas Bruder Balaram, in dessen Manifestation im Königsland. Weder Brahma, der ordnende Bildner des Weltalls, noch Shiva, noch Shankarshan, noch Lakshmi, Narain's ewige Shakti, noch mein eigenes Selbst, ist mir so lieb und teuer wie du, O Udhava. 11.14.15 Ich folge immer dar dem, der sich um nichts außer mir kümmert, der immer an mich denkt, der ganz in mir unverlierbar gründet, der ohne Feindseligkeit gegen irgendjemanden ist, der alle Dinge außer mir für gleich unwichtig ansieht. Ich tue das, damit durch den Staub seiner Füße die Welt geläutert werde. 11.14.16 Die nichts außer mir kennen, deren Herz in immer neuer dienender Liebe mir gewidmet ist, die ganz unerschütterlich in mir wurzeln, die wahrhaft Großen, die voller Güte zu den Atmers in allen Wesen sind, Fußnote 232 Beachte nicht Güte zu den Wesen, sondern Güte zu den Atmers in den Wesen. Die voller Güte zu den Atmers in allen Wesen sind, deren Sinn von keinerlei Begehren irgendwelcher Art mehr berührt wird, diese allein erleben meine Freude und wissen, was meine Freude ist. Denn sie schauen nach nichts anderem, nicht einmal nach Erlösung von der Wandelwelt. 11.14.17 Nun spricht Krishna von dem Anfänger auf dem Pfade der Bhakti. Sogar wenn ein Bhaktar seine Sinne noch nicht besiegt hat und durch die Sinnendinge verstört wird, kann er von diesen Sinnendingen schwerlich überwältigt werden. Denn Bhakti, sogar auf dieser Stufe, ist sehr mächtig und kühn. 11.14.18 Fußnote 232 Bhakti ist Krishnas eigene Kraft, nicht die Kraft des Bhakta. O Uthava, so wie ein wohl entflammtes Feuer das Brennholz zur Asche verzehrt, so verzehrt die Bhakti, die mich als Ziel hat, alles Sünden und alles Unglück. 11.14.19 Yoga, Sankhya, Erfüllung der Pflichten als Mensch, Studium der Veden, Askese, Entsagung, gewinnt mich nicht. Hingegen gewinnt mich die aus mir stammende, gewaltige Bhakti zu mir. 11.14.20 Die Seienden, deren tiefstes und liebstes ich bin, vermögen meiner Habhaft zu werden, doch ganz ausschließliche Bhakti voller Glaubenszuversicht. Shraddha Unauswurzelbar in mir gegründete Bhakti läutet sogar den Hundeesser von dem Unheil seiner Geburt. 11.14.21 Fußnote 235 Die Geburt als Svapaka, als Hundeesser, der unter allen Kasten steht, ist in den Shastras die Folge seiner eigenen Taten im früheren Leben. Erfüllung der Menschenpflichten, Wahrhaftigkeit und Barmherzigkeit, voller Weisheit und das Käse, läutet doch nicht in rechter Weise ein Wesen, das entblößt ist von der Bhakti zu mir. 11.14.22 Wie soll ohne Bhakti das Herz lauter werden, von Lust und Hasskeimen? Wie soll ohne solche Lautenheit das Herz beweglich werden, für das schnelle Mitfolgen im göttlichen Spiel? Fußnote 236 Kennzeichen der Prima Stufe Sneha Wie sollen ohne ein bewegliches Herz die Herrchen seines Leibes sich sträuben und seine Freudentränen niedertropfen? Im Glück des Mir-Dienens in Bhakti 11.14.23 Fußnote 237 Haarsträuben und Tränen Satvigabhavs der Prima Bhakti Einer von dienender Liebe zu mir ergriffener, dessen Herz ganz geschwind eilt und der bald stammelnde Worte spricht und heftig brüllt, bald lacht, bald ohne Scham plötzlich laut singt und bald tanzt, er läutet die Welt von anderem Begehren als nach dem Gottdienen. 11.14.24 Einige der letzten Strophen ergeben, dass der Frieden, nach dem die Welt sich sehnt, Frieden als bloßes Freisein von Krankheit, Schmerz, Unruhe, Sorgen, Angst, Tod und so weiter, keineswegs dem Bhaktar zuteil wird, von dem Krishna hier spricht. Frieden im Sinne Krishnas und des Bhagavatam ist das unerschütterliche Wurzeln des Sinnes in mir. Bhagavatam 11.19.36 Die Mitspieler Gottes, Pralat und so weiter und gar die Gopis haben keinen Augenblick das, was die Welt Frieden nennt. Jedoch haben sie in jedem Augenblick den Frieden des zutiefst in Gott gegründet Seins und der sich für ihn in Liebe verzehren zu dürfen. Sie sind nicht frei von Problemen, aber sie vermögen sie, in Gotts Zugewandtheit zu lösen. Sogar die göttliche Stille und Ruhe des Nirwana, das viele Menschen im Abendland und in Asien als das höchste düngt, ist nur die niedrigste Stufe in dem Chit-Reich der Bhakti. Fußnote 238 Vergleiche den Ausschnitt über den Shantibhav im Kapitel Die Entfaltung der Bhakti. Nochmals gedenkt Krishna des Anfängers auf dem Pfad. So wie Gold ins Feuer geworfen seine Beschmutzung aufgibt und seine wahre Natur wiedererlangt, so schüttelt der Atmer ab, das Begehren nach anderem als dem Gott dienen. Begehren, das aus selbstsüchtigen Wirken in früheren Leben stammt. Und dann dient er mir wirklich in dienender Liebe. 11.14.25 Durch Hören und Singen der heiligen Namen und Lieder, die von mir handeln, wird das Herz geläutert, vom Begehren nach anderem, als dem mir dienen wollen. Und dann sieht es das ganz Feine. Mich, meine Lila, mein Reich, meine Mitspieler, das, was ich sonst nicht sehen könnte. So wie durch Anwendung einer Augensalbe das Auge nicht nur frei von Krankheit bleibt, sondern noch stärkere Sehkraft erhält. 11.14.26 Das Herz, das über Sinnendingen sind, das haftet an den Sinnendingen an. Das Herz, das immer wieder und wieder meiner gedenkt, bleibt schließlich ganz und gar an mir haften. 11.14.27 Deshalb lass alles fahren, das Denken an das leere Geschwätz. Fußnote 239 Das, was die Gelehrten sagen. Deshalb lass alles fahren, das Denken an das leere Geschwätz. Es ist wie bloßes Träumen und wunschvolles Denken. Versenke deinen Geist, der von persönlicher dienender Liebe zu mir ganz durchdrungen ist, völlig in mich. 11.14.28 Wer das zu wissen begehrte, die ewige Bhakti und nun all dies weiß, Fußnote 240 Anspielung auf die letzte der vier sogenannten Urstrophen des Bhagavatam 11.9.35 Die Brahma von Bhagavan empfing und dann an Narada weitergab und die dieser dem Vyasa gab. Udhava empfängt von Krishna in noch tieferer Weise die Offenbarung des Bhagavatam. Wer das zu wissen begehrte, die ewige Bhakti und nun all dies weiß, für dem bleibt nichts, was er noch wissen wollte. Wenn einer den Trunk der Unsterblichkeit trank, für den bleibt nichts, was er noch trinken wollte. 11.29.32 Der lebendige Gott ohne jede Verhüllung steht nun vor seinem geliebten Bhaktar Udhava und spricht. Was Yoga des Wissens, Jn-Yoga und Pflichterfüllung um der eigenen Wohlfahrt willen, Karma und Yoga des Patanjali und Herrschergewalt und die vier Ziele des Lebens der Menschen sind, das, o mein Lieber, bin ich für dich. 11.29.33 Fußnote 241 Dharma Artha Karma Moksha Gerechte Religiös Soziale Ordnung Reichtum Lust Befreiung Wenn ein Mensch alles tun um seiner Selbstwillen aufgegeben hat und sein Selbst mir hinzugeben begehrt, dann geht er hin zu dem, was ewig ist und er wird reif, sein wahres Selbst zu sein in Gemeinschaft mit mir, als Mitspieler in meinem eigenen Reich. 11.29.34 Die letzte Strophe bezeichnet das Eintreten des Adepten als ein ewiger Mitspieler in die Lila Gottes. Oder war, der dieser Lila seit jeher zugehört, hat durch seine scheinbare Verwirrung und seine Fragen und die Antworten, die er erhielt, auch anderen den Weg dazu gewiesen. Im Verlaufe der Unterweisung gedachte Krishna einer langen Reihe von Bhaktas, mit denen er auf Erden seine Spiele hatte. Er gedachte unter anderem des Knaben Pralat aus seiner Lila als der Avatara Narasimha. Er gedachte des großen gottgeweihten Hanuman, der ihm in seiner Lila als Avatara Rama liebens diente. Er gedachte der Dirne Kupja aus seiner Lila als Krishna in Mathura. Er gedachte vieler Wesen in Vraj. Zuletzt gedachte er der Gopis, die zu innerst in seinem Herzen stehen. Ein leiser Gedanke an Vraj steigt in dem königlichen Helden Krishna auf, der eben seine letzte Lila im Erdenlande spielt. Und schon ist er einst mit sich selbst, mit dem ewiglich jugendfrischen Helden Krishna, dem Gott der Lieblichkeit, der schon längst mit den Gopis vereint in sein Reich Goloka gegangen ist. Und er spricht zu Udhava. Als ich zusammen mit Balaram von Akrura nach Mathura geführt wurde, da konnten die Gopis nicht irgendetwas finden, was ihnen Glück schenkte. Ihre Herzen hafteten ja immer an mir an, durch ihre immer neue und stets mehr anwachsende Liebe. Infolge der göttlichen Liebe, die in ihnen ihren Gipfel erreichte, waren sie in tiefster Pein durch die Trennung von mir. Bhagavatam 11.12.10 In den Zeiten, da ich die Kür hütete, waren ihnen diese berühmten Nächte, die Rasa-Nächte, die ich mit ihnen verbrachte, gleich einem halben Augenblick. Doch getrennt von mir waren es tausende Weltenalter. 11.12.11 Fußnote 242 Wörtlich ein Kalpa Die Entwicklung einer Erde von der Weltschöpfung bis zur Weltauflösung. Durch erneutes Zusammensein mit mir, da sie mich durch die Macht ihrer Prima Bhakti in die Sichtbarkeit zogen, waren sie sich weder dessen bewusst, was und wer sie sind, noch des hier, der Welt der Lila auf Erden, wo sie getrennt von mir waren, noch des dort, des in der Welt nicht offenbarten Reiches, in dem sie immer mit mir zusammenspielen. Es war, als ob sie eingegangen wären in das Ich-Bewusstsein und die Gestalt ihrer Selbst in Goloka, ähnlich wie die Weisen in tiefer Versenkung, deren Bewusstsein sich im gestaltlosen Brahman ganz verliert, aber nach einer Weile wieder zum Bewusstsein ihrer Selbst zurückkehrt und ähnlich wie die Flüsse, die ins Meer fallen und sich mit einem Aspekt ihrer Selbst mit dem Meer vereinen und mit einem anderen Aspekt ihrer Selbst als strömende Flüsse erhalten bleiben. 11.12.12 Diese Frauen, denen nicht bewusst war, wer sie sind, in ihrer ewigen Gestalt waren voller Liebe zu mir. Sie kamen zu mir, dem höchsten Brahman, das sie für ihren Spielenden Geliebten für ihren Liebhaber hielten, durch das Anhaften ihres Geistes an mir. 11.12.13 Mit schwerem Herzen verließ Udhava Bhagavan Krishna, der, wie er wusste, nun sogleich die Welt verlassen würde. Doch als einer der Glückseligen, die Krishna als Freund dienen dürfen, geht er seines Weges. Aber als er auf der Wanderung am Ufer der Yamuna von Vidura einem anderen Mitspieler Krishnas gefragt wurde, wie es geschah, dass Krishna die Welt verließ, da brach in Udhava von Neuem die Qual auf. Fußnote 243 Vidura, Sohn Vyasas und einer Schudra-Frau, Halbbruder des blinden Königs Dritarashtra aus der Lila des Mahabharata bekannt. Da brach in Udhava von Neuem die Qual auf. Krishna nicht mehr in seiner auf Erden sichtbaren Gestalt unmittelbar dienen zu dürfen, wie er es 120 Jahre lang getan hatte. Konnte es etwas sein, dass er ein alter Mann geworden war, während er ihm diente? So sann er Bhagavatam 3.2.3 Von Vidura gefragt, wollte er antworten, doch er, der an die Lotusfüße seines Herrn dachte, vermochte es nicht. Die folgenden Strophen sind eine wunderbare Schilderung der Reaktionen eines Bhakta, der eine Offenbarung des lebendigen Gottes empfängt und in sein Reich entrückt wird, so wie sie sich an vielen Stellen des Bhagavatam finden. Eine Weile wurde er starr, durch den Nektar der Lotusfüße Krishnas. Durch ganz heftige dienend Liebe war er ganz versunken, voller Freude. Die Herrchen seiner ganzen Gestalt hatten sich gesträubt, Tränen strömten aus seinen geschlossenen Augen. Vidura nahm wahr, dass Udhavar ganz in seinem Ziele war. Udhavar war völlig erfasst von der Gewalt der vertraulichsten dienenden Liebe. Allmählich nur kam er aus dem Reich Bhagavans zum Bewusstsein der irdischen Welt zurück. Dann trocknete er seine Augen und in Freude gab er dem Vidura sanft lächelnd Antwort. Bhagavatam 11.2.4-6 Auf einer anderen Ebene erlebt Udhavar etwas ähnliches wie die Gopis, die von Krishna getrennt waren. Bhagavan Krishna war bereits in sein eigenes Reich zurückgegangen. Doch die Gewalt von Udhavas dienender erkennender Liebe nötigte Bhagavan den immer und überall seienden sich ihm sichtbar zu machen und in seiner Gottesschauung vereinigte sich Udhavar der noch auf Erden lebte für eine kurze Weile mit der ihm eigenen ewigen Stalt in jenem ewigen Reiche wo er immer da Gott dient. Bevor Udhavar weiter wanderte wies er Vidura an den großen Bhakta Maitreya der das Glück gehabt hatte dabei sein zu dürfen als Udhava die Unterweisung Krishnas empfing Maitreya wurde der Lehrer von Vidura so wurde die Überlieferung der unverhüllten Bhakti weitergetragen zu